So meine Lieben, wunderschönen Freitagmorgen für euch, hoffe euch geht's gut. Wir schauen uns das neue Update zu Bitcoin an und ja im Prinzip tut sich gerade nicht allzu viel. Wir haben darüber gesprochen, dass wir mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit einfach eine starke Seitwärtsbewegung in den nächsten Tagen feststellen werden. Das liegt auch daran, dass wir hier ein großes Volumencluster gebildet haben und da fällt es natürlich dem Markt schwer, das Sentiment zu wechseln. Vor allem, weil hier natürlich auch sehr, sehr viele Order gepaart sind, weil hier auch das Smart Money, also das große Geld, was wir so immer mit Institutionen, Banken, Fonds usw. assoziieren, die kämpfen hier um den Preisbereich. Entsprechend sind die Seitwärtsbewegungen einfach eine folgerichtige Konsequenz. Wir haben hier immer noch diesen dynamischen Widerstand, der immer noch nicht aus der Welt ist, weil der immer noch mehr oder weniger so die naheste nächste Instanz ist, die der Markt hier bringen kann. Von daher immer noch sehr, sehr spannend, falls dieser Widerstand gebrochen wird, haben wir die Möglichkeit, einen schönen Impuls nach oben zu bekommen, aber bis dahin muss auch erstmal der Bruch erfolgen. Wir sehen jetzt hier, die Indizes erwachen etwas schlechter heute, ein gemischtes Bild bei den Forex-Paaren. Entsprechend ist es schwierig, gerade eine klare Tendenz festzumachen. Wir haben eine statische Unterstützung bzw. eher einen Turnaround-Point der Liquidität dargestellt. Hier sind wir im Bereich der 56.000 Dollar, also auch hier kann es natürlich dazu kommen, dass letztendlich, wenn diese Unterstützung gebrochen wird, dass wir hier nochmal kurz halten an diesen gleitenden Durchschnitten. Aber wir haben darüber gesprochen, dass hier unten sehr wenig Volumen als Kaufkraft reingekommen ist. Entsprechend sollte es mit sich bringen, dass wir hier so eine Art Imbalance-Phase haben, der Markt nach unten durchziehen kann und die 51k in diesem Richtungsschatten dann für uns die spannende neue Marke darstellt. Also da einfach ein bisschen aufpassen, jetzt gerade in meinen Augen nicht super komfortabel hier wirkliche Setups zu bestimmen oder zu definieren. Wir haben hier diese dynamische Unterstützung gebrochen, wir bewegen uns jetzt hier an diesem zweiten dynamischen Unterstützungsbereich und dieser Breakout nach oben, der will nicht so wirklich kommen. Ich will mich auch nicht allzu viel wiederholen, weil wir über einige Dinge halt einfach schon gesprochen haben. Heißt, wenn der Markt hier nach oben geht, dass er durchzieht aufgrund dieser Imbalance-Phase, dieses Liquiditätslochs hier, darüber haben wir gesprochen. Falls wir nach unten brechen, kurze Reaktion hier, dann geht es weiter nach unten, darüber haben wir auch gesprochen. Und von daher an der eigentlichen Sache hat sich gerade noch nicht viel geändert. Nur, dass sich der Markt weiterhin komprimiert und dieser Komprimierungszustand oder auch diese Kompression des Marktes kann natürlich immer sehr, sehr starke Ausbrüche auch mit sich bringen. Deswegen da einfach ein bisschen aufpassen, ein bisschen vorsichtig sein und vor allem schreit der Markt nach solchen Phasen auch sehr, sehr gerne nach Fakeouts. Deswegen einfach, wie gesagt, ein bisschen Piano an die Märkte gehen, ein bisschen versuchen das Ganze sehr, sehr, sehr risikoavers zu behandeln. Und falls wir den Break nach oben bekommen, dann haben wir mittelfristig ein schönes Aufwärtspotenzial. Falls wir den Break nach unten bekommen, dann sollten die 51k für uns weiterhin so die große Marke sein. Wer auch so ein bisschen mehr über die Commitment of Traders Report Geschichten hören möchte, der kann gerne mal bei Instagram bei mir in der Story vorbeischauen. Ich poste da immer mal wieder Commitment of Traders Reports, immer wieder wie man die deuten kann und so weiter und so fort. Und da ist es einfach ein bisschen leichter halt auch brandaktuelle Daten dann wirklich auch innerhalb von ein paar Minuten ein bisschen aufzubereiten. Das einfach nur dazu. Also du musst da auch ein bisschen durchgehen, dass ich ab und zu mal ein bisschen ein paar Faxen in der Story mache und so weiter und so fort. Aber ich versuche dennoch den Informationsgehalt hier auf YouTube und auf Instagram für dich, für euch sehr, sehr hoch zu halten. In diesem Sinne erstmal einen schönen Freitag. Wie gesagt, ich will nicht zu viel Zeit verschwenden, gibt nicht alles zu viel zu berichten. Wir warten, was passiert. Typischerweise kommt entweder heute ein starker Move oder eben, wie so häufig, am Sonntag. Der Samstag ist meistens mit niedriger Liquidität und Volatilität gestimmt. Entsprechend ein bisschen abwarten und dann haben wir hier auch sehr, sehr schöne neue Ideen, wie sich das Ganze ausbringen kann. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen schönen Tag, viel Erfolg. Wir hören uns wahrscheinlich dann in Kürze wieder. Dein Dominik. Bis bald. Ciao, ciao.